Die letzte Schlacht steht kurz bevor. Die Alliierten fliehen aus Europa und übrig sind nur noch die zerlumpten Truppen vor uns. Die Alliierten fliehen aus Europa und übrig sind nur noch die zerlumpten Truppen. Die Alliierten fliehen aus Europa und übrig sind nur noch die zerlumpten Truppen. Die Alliierten fliehen aus Europa und übrig sind nur noch die zerlumpten Truppen. Die Alliierten fliehen aus Europa und übrig sind nur noch die zerlumpten Truppen. Die Alliierten fliehen aus Europa und übrig sind nur noch die zerlumpten Truppen. Das war's. 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 Das war's.